Sie können mit dem linken Verspricht, denn die Trampizierer haben den sogenannten Korngang. Sie laufen mit der linken Seite und mit der rechten Seite. Pferde und so haben sie mit dem Polzgang. Das heißt, sie laufen vorne links und hinten rechts mit dem Bein. Dadurch können sie nämlich nicht springen. Das heißt, sie würden sich hier durch den Graben gar nicht runterlaufen, weil die Angst hat, dass sie nicht die Menschen oder so. Und der Zaun hier ist tatsächlich nur wegen den Menschen da, weil die im Ausgleich aufgeladen sind. Wir hatten ja vor zwei Jahren oder so, hatten die ja gar keinen Zaun rum, sondern nur den Graben, weil das die doch anbieten und nicht ausreichend ist, dass die gar nicht rauskommen. Genau, die Menschen sind dann auch gekommen. Nee. Und genau, bei denen ist es nämlich auch so, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir die das Milch verlieren. Manche Haare behalten die aber. Ich habe ja einige, die sich bei den Beinen schenken. Oder wie macht ihr das Milch? Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Ja. Auf der Immokanz. Also die Trampizierer, die natürlich auf dem Kopf behalten die ein bisschen. Aber auch nicht viel. Ja.